Weit fort in einem fernen Land steht Vanyas Haus am Waldesrand. Kallit! Oh, Licht in Sicht. Klopf ich? Klopf ich nicht? Na gut, ich tue es. Aufmachen! Wer schreit und jammert da so kläglich? Ich. Erfroren ist mein Zeh. Ich hab genug von Sturm und Schnee. Ich kann nicht weiterlaufen. Bitte lass mich bei dir verschnaufen. Seit wann hat man je gehört, dass ein Bär hält? Was er schwört? Ich bitte euch, habt erbarmen. Ich will doch nur einen Platz im Warmen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020